Herzenslust. Herzenslust bedeutet, dass man so handelt, wie es einem Spaß macht. Man kann etwas nach Herzenslust tun, man kann nach Herzenslust schlafen, man kann nach Herzenslust spazieren gehen. Nach Herzenslust heißt also so, wie man es gerne macht. Man könnte aber auch sagen, Herzenslust ist etwas Tieferes als das Oberflächliche. Im Yoga sagen wir, das Herz ist der Sitz der Seele. Wenn man etwas wirklich von wirklicher Herzenslust macht, dann ist es geprägt von tiefer spiritueller Freude.